Hallo Videofreunde, mit dieser Tagestour, die ich euch heute präsentiere, die über Simplon, Domodossola, die Centrovalli, Locano, Bellinzona, Areola, Nuvenen und zurück zum Goms führt. Das Video wird ca. 30 Minuten lang sein, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das Video wird ca. 30 Minuten lang sein, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Dieses Video habe ich vollkommen ohne Musik und Ermalung gemacht. Die Geräusche, die ihr hört, das sind nur die Windfahrgeräusche des Motorrades. Das Wetter lässt keine Wünsche offen für unsere heutige Fahrt. Einen großen Teil des Videos habe ich wegen der Länge stark beschnitten. Auch die Geschwindigkeiten, die Abspielgeschwindigkeiten habe ich variiert. Das lässt einfach die Länge des Videos nicht zu. Das wird er. Das wird er. Vielen Dank. 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 Das ist wieder ein... ganz schnell... Es geht... Ich... Ich... ... 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